Packt sie beim Kellerablauf das kalte Grauen? Die Zuläufe befinden sich unter der Bodenplatte. Mühsam müssen Verbindungsstücke zusammengefügt werden, um die Bodenebene zu erreichen. Und die Wartung? Mehr als umständlich. Geht das nicht einfacher? Doch! Mit dem neuen, universale Plus. Das grundlegende Neue an ihm? Die durch den senkrechten Abgang erstmals mögliche Fixierung in der Bodenplatte, die eine vereinfachte Montage erlaubt. Das ist aber noch nicht alles. Entdecken Sie, wie der universale Plus Ihnen Ihre Arbeit noch einfacher macht. Der Rückstauverschluss ist integriert. Von oben ist er leicht zu erreichen und schafft freie Zugänglichkeit zum Rohr. Wartung und Reinigung werden so besonders komfortabel. Und der WU-Dichtflansch? Der ist serienmäßig montiert oder als Zubehör erhältlich. Schlechte Gerüche? Die haben keine Chance. Passendes Zubehör kann problemlos nachgerüstet werden. Die drei serienmäßigen Zuläufe befinden sich oberhalb der Bodenplatte. Besonders praktisch? So ist nur eine einmalige Durchdringung der Bodenplatte nötig. Bei der Herstellung haben wir zum ersten Mal ressourcenschonendes Rezyklat eingesetzt. Und die Abdeckung? Einfach schick und flexibel. Wählen Sie zwischen verschiedenen Designs aus Edelstahl, Kunststoff oder Eco-Guss. Der Kellerablauf der nächsten Generation. Mit senkrechtem Ablauf, erstmals verbaut in der Bodenplatte, spart Geld in der Planung, beim Einbau und der Wartung. Der neue, universelle Plus. Einfach einfacher. Einfaches jardin Problem Fertig smAn Ge각 3 Wer gut Wer gut 2 3 7 8 9 5 In 10 Untertitelung des ZDF, 2020